Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch ein Märchen vor, und zwar die Frau Holle. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie aber hatte die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber, und die andere musste alle Arbeit tun und das Aschenpudel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei einem Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war. Da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Die Spule sprang aber aus der Hand und fiel in den Brunnen hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Diese aber schallt es so heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach, »Hast du die Spule hinunterfallen lassen? So hol sie auch wieder herauf!« Da ging das arme Mädchen zu den Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte. Und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule wieder zu holen. Es verlor die Besinnung und als es erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viel tausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen. Der war voller Brot. Das Brot aber rief, »Ach, zieh mich raus! Zieh mich raus! Sonst verbrenne ich! Ich bin schon längst ausgebacken!« Da trat das Mädchen herzu und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum. Der hing voll mit Äpfeln und rief ihm zu, »Ach, schüttel mich, schüttel mich! Wir Äpfel sind alle miteinander reif!« Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte und schüttelte, bis keiner mehr oben war. Und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hat, ging es weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, war dem Angst und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm ganz freundlich nach, »Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll es dir bei mir gut gehen.« »Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dein Schneid ist in der Welt. Ich bin die Frau Hohle.« Weil die alte ihm so gut zusprach, so fasste das Mädchen sich ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr Bett immer so gewaltig auf, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr, hörte kein böses Wort und alle Tage gab es Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Hohle. Da war es traurig und wusste anfangs nichts, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh hatte. Obgleich es ihm hier so gut ging, tausendmal besser als zu Hause, so hatte es doch ein Verlangen nach daheim. Endlich sagte es zu ihr, »Ich habe den Jammer nach Hause gekriegt und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu den Meinigen.« Die Frau Hohle sagte, »Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen.« Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor war aufgetan und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen und alles Gold blieb an ihm hängen, sodass es über und über mit Gold bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist«, sprach die Frau Hohle und gab mir auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf war das Tor wieder verschlossen und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus. Und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief, »Kick, kick, kick, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier!« Da ging es hinein zu seiner Mutter und weil es so mit Gold bedeckt ankam, war es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen, hässlichen und faulen Tochter gern dasselbe Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Und damit ihre Spule blutig wurde, stach sie sich in die Finger und stieß sich die Hand in die Donnenhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam wie die andere auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder, »Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich, ich bin schon längst ausgebacken!« Die Faule aber antwortete, »Da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen« und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum. Der rief, »Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif!« Sie aber antwortete, »Du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen!« Und nach diesen Worten ging sie weiter. Als sie zur Frau Holle Haus ankam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von den großen Zähnen schon gehört hatte. und verdingte sich gleich bei ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte. Denn sie dachte an das viele Geld, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen. Am dritten noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie es sich gehörte, und schüttelte es nicht, dass die Federn umherflogen. Das war die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie aber darunter stand, und statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet wurde, wurde sie über und über mit Pech bedeckt. Das ist zur Belohnung deiner Dienste, sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, war aber ganz mit Pech bedeckt und der Hahn auf dem Brunnen rief, als er sie sah, Kekekekek, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht mehr abgehen. Das war das Märchen der Frau Holle und nun sagen wir euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.